Ihr hört Drachen erwachen von Valja Zink, gelesen von Jona Müs, eine Produktion des Argon Verlags. Ein leiser Ton flog durch die Welt. Der Drache hob den Kopf. Es war wieder Zeit. Zeit, zurückzukehren. Heimkehr Es war dunkel in Berlin. Die Straßenlaternen warfen ihr trübes Licht auf die Gehwege und das weiß-graue Hochhaus mit den orangefarbenen Balkons stand da und wartete. Es wartete auf alle, die in ihm wohnten und bald zurückkehren würden. Vom Einkaufen, von der Zirkusstunde, von der Arbeit oder wo sie sonst ihren Tag verbracht hatten. Dort hinten neben den kahlen Vorsiziensträuchern tauchte jemand auf. Es war die Frau mit dem blond gebleichten Haar aus dem achten Stock. Aber sie war nicht allein. Sie hatte einen riesigen Rollkoffer im Schlepptau. Als sie sich schließlich in das Neonlicht des Treppenhauses schleppte, war auch deutlich die Farbe des Koffers zu erkennen. Pink. Die Aufzugkabine roch staubig und abgestanden. Frau Toscillo zerrte ihren Koffer hinein, gab einen Seufzer von sich und drückte auf den Knopf zum achten Stock. Endlich war sie wieder zu Hause. Endlich. Die metallenen Schiebetüren schlossen sich, aber gerade als sie nur noch einen Spalt breit voneinander entfernt waren, schob sich ein abgelatschter, dunkelblauer Jungtonschuh dazwischen. Es quietschte. Die Türen öffneten sich wieder und das zierliche Mädchen und der etwas größere Junge von oben drängten in die muffige Kabine. Muss das sein? Stöhnte Frau Toscillo. Wozu bitte gab es hier den zweiten Aufzug? Nun gut, das Ding blieb öfters hängen, aber trotzdem. Guten Abend, sagte Johann höflich. Er drückte auf den Knopf mit der Neuen, dann fiel sein Blick auf den pinkfarbenen Koffer. Waren Sie verreist? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Frau Toscillo schaute mit ihren eisgrünen Augen direkt an ihm vorbei. Sie mochte Kinder nicht, kleine nicht und große sogar noch weniger. Johann zuckte mit den Schultern und sah auf den Aufzugboden. Als sie am dritten Stock vorbeifuhren, zog Frau Toscillo sich die Lippen nach. Janka wickelte sich eine ihrer dünnen, haselnussbraunen Haarsträhnen um den Zeigefinger und wisperte ihrem Bruder zu. Aber der Koffer ist schön, oder? So einen hätte ich auch gerne. Och, Janka, bist du elf Jahre alt oder bist du jetzt wieder fünf? Mit der Farbe ist man nach der ersten Klasse doch durch, flüsterte Johann genauso leise zurück. Ich aber nicht. Und immerhin ist es eine Farbe. Allemal besser als deine langweiligen schwarzen Jeans und deine noch langweiligeren grauen Kapuzenpullis. Die sind nicht langweilig, das ist Style. Johann schubste Janka spaßeshalber ein bisschen in Frau Toscillos Richtung. Frau Toscillo drückte den Stoppknopf. Sie musste diese Kabine sofort verlassen. Sie waren zwar erst im sechsten Stock gelandet, aber lieber würde sie in den zweiten Aufzug umsteigen, als sich noch weiter diesen albernen Kindereien auszusetzen. Umständlich zwängte sie sich zwischen Janka und Johann hindurch und hinaus. Die Metalltüren schlossen sich wieder und Frau Toscillo hörte das Gekicher davonfahren. Wie sie geguckt hat. Johann schnitt dem Aufzugsspiegel eine Grimasse. Psst, vielleicht kann sie uns noch hören, flüsterte Janka. Na und? Dann hört sie uns eben. Sie kann uns doch sowieso nicht leiden. Neulich hat sie sogar die Straßenseite gewechselt, als ich ihr entgegenkam. Großes Glück für sie, dass du nicht drüben standst, sonst wäre sie glatt in der Mitte stehen geblieben. Janka musste lachen. Weißt du noch, wie sie gleich nach unserem Einzug hochkam und gemeint hat, es sei eine Unverschämtheit, über ihrem Schlafzimmer ein Kinderzimmer einzurichten? Und dass Mama und Papa es verlegen sollten? Ja, nur gut, dass Papa ihr gleich klargemacht hat, dass er das auf keinen Fall machen würde. Sonst müssten wir jetzt in der Abstellkammer wohnen. Johann lachte jetzt auch. Abstellkammer? Gute Idee, rief Janka begeistert. Wie wäre es, wenn du ab heute dort wohnst? Zum Computerspielen brauchst du doch sowieso kaum Platz. Du spinnst wohl. Du kannst selber in die Kammer ziehen und deine ganzen Bücher kannst du auch gleich mitten im. Mit gespielter Empörung schubste Johann Janka aus der Kabine, als der Aufzug im neunten Stock hielt. Ihre Wohnungstür öffnete sich, ehe sie ihre Schlüssel herausgekramt hatten. Die Mutter hatte sie schon kaum gehört. Hallo, meine beiden Großen.